Hallo im Video, ich und Tema Tetris gerade nicht dabei und der ist gerade so in einer Runde rum, bin ich gleich an auf mein Handy und Leute, endlich ist Season 8 gekommen Fortnite Season 8, das sieht wohl krass aus ja, wir haben letztlich hintermachende Challenge also, hier, wie heißt das? ähm, wir dürfen nur grüne Sachen nehmen ok Leute? und, ich freue mich auf Season 8, hab schon Battle Pass, Cosmos in Stufe 9 und hier, Leute, mit Sisken bin ich voll schlecht ich weiß nicht warum, mit denen jetzt genau mit Sisken bin ich Hacker Hacker Leute, ich guck mal, ich hab schon ein paar Sachen abgekriegt hier nein, nein, brauch ich eh nicht hier ja, schreibt mal in den Kommentar weg ein Bild soll ich denn das 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 oder das oder das oder das schreibt mal jetzt in den Kommentar Leute, komm, ich find das hier voll schön und so das find ich voll schön ich weiß nicht, warum ich das schreit immer bestimmt ich weiß nicht, warum ich das schreit immer das 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 nein, wir nehmen das besser das das wir nehmen das wir nehmen das wir nehmen das wie immer wir nehmen das das scheiße, Mann ja, die Schlange finde ich cool, ja ja dann werde ich sagen ich rufe jetzt mal Tim an auf Handy und ja da kann der Challenge bedenken ich hoffe, dass er ihn aufmacht ich rufe ihn gerade an ich rufe ihn ja, ich rufe ihn ja, ich rufe ihn ja, komm, du mein Kuppe ich drehe gerade Video ne, ich mache ein Challenge wir dürfen nur wir dürfen nur grüne Sachen machen, was ist das vergessen Teil 2 ja, okay Leute, Tim, ist auch dabei? ich lasse ich meine gruppe ja da ist er schon heute jetzt gibt es ein challenge beginnt die es gibt neue dinge guck das ist neu hier ist das was ich gerade angestellt habe Leute beginn mal wenn ihr keine Grundsachen gibt dann ja ich hoffe Leute ich hoffe dass auch grüne Sachen drin ich hoffe Leute ich hoffe dass auch grüne Sachen drin ich hoffe dass gerade gekommen ist gerade vor einer Sekunde spielt auch jetzt Leute Fortnite jetzt hier auch explosiv ist voll cool ja schnell schnell nein 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 hier hat den ganz normal kam besser hier gibt es nur explosiv Sachen ich spiel hier nicht mehr hoch explosiv was spielen wir hoch explosiv warte mal Tim warte mal kurz Leute ähm Beleys, ebenst du? Hocken Sie unter anderem. Hattige, Hattige, ich habe schon eine Hocken geöffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ja jetzt ist es ein bisschen groß weg Gute 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 Ja, 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 ja. Ich kann auch mal spielen lassen, Junge. Äh, ich bin tot. Ich hab jemanden Versuchung gepasst. Leute, diese Runde dürfen wir nur blaue Sachen nehmen. Blaue, blaue, blaue. Warum können wir nur legendäre Sachen nehmen, also goldene Sachen? Nein. Auch gleich goldene Sachen. Danach epische und danach legendäre. Leute, guck mal, das ist mein Lieblings-Tanz in Fortnite. Oh, mein Lieblings-Tanz, Leute, ist das hier. Nein. 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 Ja, das ist mein Lieblings-Tanz. Nein. Oder Zahnseid, das ist auch mein Lieblings-Tanz. Oder Loser-Tanz. Meine Lieblings-Tanz, Zahnseid, der Loser-Tanz. Los, ich suche nur, 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 nur Blausachen. Aber wir versuchen, mit den Blausachen äbster sich zu holen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht holen soll. Warum haben wir letzte Runde nicht nur Blausachen gemacht? Ich hatte jetzt ein Raketen- und ein Granatwerfer. Ich glaube, so ist das Regel. Oh mein Gott. Jetzt, die Runde dürfen wir nur, nur Blau, 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 Blau. Neben der Ecke. Junge, was springst du ab? Ja, ich schaffe es noch nicht. Ja, mit Hänge gelassen, nur. Ja, habe ich auch schon lange aufgemacht. Leute, guck mal, wo Tim ist, man. Oh, Digga, Digga. Digga, in der Ernst. In der Ernst, warum springst du? Ja, das war nicht mit Dachstum. Was? Das war nicht mit Dachstum. Das war Kale. Was war nicht Dachstum? Was das da was war, ey? Oh nein, der hat schon einen Gegner. What the fuck? Hier ist keine Kiste. Also wenn? Was muss ich den Gegner zu holen? Ja, hier ist nur eine Kiste, weil der andere gesagt hat, den Gegner schon geholt. Ja, okay, Leute, Raketenwerfer, Haliumgiff und wir nehmen. Hast du Raketen erfasst? Ja. Hier für dich noch eins, oder? Ist das eins? Ja, für dich habe ich noch eins. Ja, ich bin Grün und Wache. Nein, geh raus, geh raus, da ist schon eins, da ist schon eins. Er ruft da. Komm, bei mir, ich habe den. Leute, Heilung dürfen wir nehmen, egal, wenn das Leben der Roder ist, oder egal was, dürfen wir nehmen. Kale, komm, komm, geh einfach in so, in der Zone, ich geb das dir einfach in der Zone. Wache, der geht das, die dir einfach in der Zone geht. Schild, Mann, dich hier auch nehmen. Ja, ja, wir dürfen Schild und so nehmen und Heilung und Samtguck auch. So was dürfen wir nehmen. Tim, jetzt komm. Ja, warte. Leute, ich brauche hier schon ein Dings, damit ich dich wieder mit dem Bazooka wegfliege. Ja, das ist ja auch schon ein Kissi, du kannst ja nicht mehr wegfliegen. Hä? Wollen wir unser Bazooka wegmachen? Ja, ja, Leute, schreibt mir in den Kommentar, ob ihr auch den Trick könnt, was ich mit Tim jetzt mache. Ich hab auch super Kissi bei mir raus. Tim, kann uns das hier sehen? Guck, kann uns das sehen? Nein, ich kann nichts sehen. Ich habe gerade Raketen... Ich sehe dich. Ja, ich habe gerade Raketenwaffen geschossen. Hast du auch gesehen? Ja, ich sehe den. Ja, ich sehe dich auch. Kannst du das sehen, Tim? Kannst du das hier sehen? Ja, wo ist der? Ja, ich prob. Ich habe noch nicht mal reinkommen. Was ist der? Ich mache reinkommen, Kaffee. Ich brauche sehr nennen. Was? Wo ist der? Was ist der denn? Ich brauche mich gar nicht. Nein, brauchst du nicht. Naja, da sind zwei, Tim. Du brauchst nicht. Da sind zwei. Ich brauche mich hier jetzt mal weg. Ja, ja. Herr Bruder, eine... Kannst du das haben? Tim, geht da nicht. Nein, 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 nein. Geh, Tim, komm, geh, versteck dich. Geh und versteck dich. Geh, damit du das Raketenwaffen nehmen kannst. Da habe ich gesehen, da habe ich gesehen. Ja, nein, Bruder, was ist los? Leute, wir wissen gar nicht, was hier los ist. Ich habe den Kinder gar nicht gesehen. Oh, boah, der schießt einfach durch. Was ist das? Was ist das? Nur goldene Sachen. Nur epische Sachen jetzt, Leute. Also nur goldene, ne? Nein, epische. Lila. Welche Farbe ist episch? Lila. Nein, doch, nein. Lass ihn durch die lilaen Sachen nehmen. Mach mal bereit. Warte. Epische Sachen, okay? Ja. Lass die beiden mich nie im Leben finden. Lass mal versuchen, mit epischen Sachen episch anziehen. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ganz viele epische Sachen sind. Weil in der Wüsten ist, weil es war einfach zu töten. Ja, da gehen wir auch jetzt. Aber wenn der Bus, ähm, dann, also, warte. Nee, ich gehe da nicht hin. Warum? Weil ich spiele da viele hin. Wenn der Bus von der anderen Seite fangt, dann fangen wir da hin. Weil da spiele da nicht viele hin. Egal, ich höre drauf kommen. Wir gehen da. Ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Weil so. Ey, wenn du eingegangen, du wirst so sagen, warum du nicht eingegangen, ne? Karin, wirst du, wirst du irgendwas oder was? Nein, aber ich will da nicht hin. Warum? Du hast so viele Gegner, ne? Wie klingst du das? Ich weiß nicht. Wie schockst du das? Warte mal, wenn da nicht so viele runterstehen, dann gehe ich. Dann gehen auch nicht so viele. Ähm, so viele noch hältst du? Nein, die gehen, die gehen alle hier. Guck, die gehen alle hier oder hier. Ich gehe hier. Ich habe mal viel zwischen mir. Ja, okay. Wo ist denn hier? Guck, da geht keiner hin. Dann geht nur eins hin. Ich gehe da, da geht keiner hin. Ich habe doch gesagt, keine Kinder, die gehen nur hier oder hier gehen die. Wir sind auch Gegner gehen. Wenigstens eins oder zwei. Ja, wir dürfen alle Waffen nehmen. Soll nennst du hin? Nein, da geht keiner hin. Nein, da geht keiner hin. Nein, da geht keiner hin. Du darfst nur hübsche Sachen nehmen. Sicher, ich habe eine Basika. Darfst du nicht. Aber alle Trank dürfen wir. Was? Noch eine Basika. Darfst du nicht. Oh, ich habe hier eine Lieblingswaffe. Eine Granatenwerfer, die du immer nimmst. Bei mir ist jemand da, aber ich weiß nicht wo. Behalte dich ein bisschen. Was hast du gemacht? Gegner. Ja, da ist noch eins. Bau zu, bau zuerst. Komm hier. Der ist da, der ist da, der ist da. So, jetzt haben wir nur goldene Sachen. Leute, jetzt nur goldene Sachen. Das werde ich nie im Leben finden. Ich weiß, was du hier bist. Ein Wasser trinken. Ich markiere da, wo fehlt die Hände. Auf. Leise. Ja, leise. Leute, Leute. Kommt dein Ernst? Denkst du, das habe ich nicht? Ich mache es doch nicht. Wir müssen uns noch was machen. Okay, jetzt geht es weiter. Oh, alles klar. Hier ist ein epischer Rackenwerfer bei mir. Ich habe auch eine epische. Leute, hier dürfen wir epische Sachen nehmen. Weil wir sind doch nicht da gelaufen. Bah, meine Kühl. Oh, jetzt kommt mein zweiter Kühl. Weißt du, ob ich schon zwei habe? Zwei Rackenwerfer. Ich hatte eine epische und eine in blau. Sprichende Machtplatten hier. Lass dich auf. Nein, nicht jetzt. Ich bringe mich jetzt. Nicht so. Weil da steht ja noch wie viele Meter. Und jetzt springe ich. Ich schmuck vor, die daten. Was machst du überhaupt? Ich kann auch komplett die Parklanden und da Sachen nehmen. Also, du gehst hier. Ja, mach schon. Ja, ich glaube, wir werden beide gleichzeitig schlafen. Nee, ich werde vor dir landen. Was? Ich werde vor dir landen. Nein, weil ich bin fast da gelandet. Ich habe meine Hängegelatanen gemacht. Meine Hängegelatet schon auf. Ich habe ja schon die ganze Zeit mit der Hängegelatanen gemacht. Ich nicht. Ich habe erst jetzt. Beim ist es jetzt erst jetzt aufgegangen. Muss aber von hierher zu mir. Du weißt nicht, wo die Gisterstar erholt ist. Ich habe gesagt jetzt. Ja, komm hier zu mir. Komm. Lass mich vor. Ja, geh. Heilung dürfen wir nehmen. Boah, da ist noch eine Heilung. Nein. Warte doch. Wir müssen gleich los. Ja, wir müssen gleich los. Warte, ich komme. Junge, du bist unten. Oder? Was machst du so? Ey, ich habe eckes Stückchen, äh, verladen wir ab. Das ist so schlimm. Ich weiß, aber ich nehme die Schüsse. Ja, komm her. Nur goldene. Hier sind wir. Was? Bei Kinsen. Ja, ich habe die Kinsen. Gibt es hier noch eine? Glaub nicht. Aber es gibt noch, komm. Es gibt normale Kisten. Ja, normale. Ich wollte den Goldmann-Raketen werfen. Ich habe ein paar Kisten mehr von 10. Sei leise, Christi. Aber Lilas. Das dürfen wir nicht nehmen. Warte, ich wollte den Goldmann-Raketen nehmen. Wir können uns damit ja feststellen. Tim, warte, wir müssen doch unser Trick zeigen. Ja, warte. Du brauchst doch auch noch was nicht. Hier, ey, blau-Raketenwerfer, ne? Darf ich nicht nehmen. Zeig her. Zeig her. Ich nehme verwendet mit. Nehm. Zeig her, welche Raketenwerfer. Gib mir mal kurz den Raketenwerfer mal an. Ja, warte, ich hole dir kurz noch eine Sache. Geh mal kurz. Ja, hier wird die Küste. Ja, hier wird die Küste. Das meinst du, ne? Ich weiß. No, 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 no. Nimm nur von der Trick. Ja, okay, Leute, ich weiß jetzt wieder. Runter, Tim. Kommt du. No, 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 no. Ja, ich gehe noch ein bisschen, reicht. Ich weiß nicht, von wem ich hatte, ich mache so. Leute, habt ihr das gesehen? Aber jetzt muss ich euch leider wieder wegschmeißen. Tschüss. Ich gehe schon, ne? Oh, meine Leute, wir sterben. Ja, Leute, das schaffen wir. Ich habe den Hängegeleiter, will ich nicht? Ich habe den Hängegeleiter. Hä? Ich habe den Hängegeleiter. Du hast gesagt, wenn, die habe ich schon nicht. Ja, wenn da nur einer ist, wenn wir nicht stehen, dann kannst du ein bisschen verkacken. Ich habe den Hängegeleiter. Wie beide sterben. Wie beide sterben. Die sterben zusammen. Ich weiß nicht, wenn ich Glück habe, finde ich Jumpit oder Hängegeleiter. Ich weiß es nicht. Er quattelt mich. Ich habe da so viele Dinger gefunden. Ah, verkackt. Ich heile mich, ich heile mich. Was kann man noch schaffen? Der kommt mir, komm schon auf den Raketenwerfer. Und du? Nein, ich kann nicht. Ich heile mich schnell, ich heile mich, ich heile mich. Komm schon, bitte. Komm. Komm. Heil dich, ich auch, heile dich, heile dich. Ich bin vertraut. Leute, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nein, ich schaffe das nicht, Leute. Leute, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Leute, du bist tot. Ich bin tot, Leute. Aber du kannst Leute dafür bauen. Oder? Ich kann mich doch retten. Nein, ich bin runtergefallen. Bist du das? Ja, das kann ich auch so gut. Oh nein, ich schaffe, Leute. Leute, ich schaffe das, Leute. Leute, ich schaffe das. Komm. Noch ein bisschen. Komm. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja, ich schaffe das. Ich renne weiter, Leute. Ich warte nicht. Ich renne weiter. Vor mir noch was Schlimmes passiert. Ich hab's auch noch geschafft. Ich schaffe das. Du musst mir den Rackenwaffe kurz geben. Gib schnell, nur kurz. Schnell gib. Komm mit. Ja, komm mit. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, Leute. Diese Runde verliehen wir. Diese Runde schaffen wir nicht mehr. Eins. Die haben alle wegen dir sind wir gestorben und du hast gesagt, du willst da weggehen. Aber egal. Ich will nicht mal Jumpit, Mann. Wenn Jumpit findet ihr ja alles gut, Bruder. Ich hab Jumpit, ich hab Jumpit, ich hab Jumpit. Oh mein Gott, Leute. Das war knapp. Das war knapp. Das war gut, Jumpit ist mehr süß als alle. Ich denke jetzt immer Jumpit, der hat unser Leben gerettet. Das war nur der einzige, den ich gefunden habe. Das war nur der einzige, den ich gefunden habe. Nee, Scheiße, Mann. Bau, Tim, was musst du bauen? Ja, okay, Leute, diese Runde verlieren wir. Nein, du kannst was bauen. Nein, du kannst was bauen. Nein, Scheiße. Wieder runter schaffen wir nicht. Leute. Auf Wiedersehen. Tim, du hast Hänge geleitet. Du kannst dich noch retten. Ich bin gestorben. Tschau. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Wir kommen bis zu hier. Bei dir spielen. Komm, wir können alles stehe. Ich bin runtergefallen. 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 Komm, wir werden runtergacken runtergefallen. Nun ist die Ball. Jetzt sind sie nicht weh, dazuключ zu machen. In diesem heiße ist sie nämlich lindo Erentzbußgerät. Was machst du da? Sag mir, was machst du da? Ich wollte mich mit ihm anfreunden. Da gibt er mir eine Waffe nach Kirche. Aber es hat ja wohl geklappt. Leute, das sah mit dir wieder. Wenn das wieder uns gewann hat, dann hoch. Und wenn 100 Leute diese wieder anschauen, dann mache ich Teil 2. Leute, nur graue Sachen und duos. Leute, euch anzahlen. Wenn ihr seht, dann hoch. Auf jeden Fall, ich denke nicht mehr. Ciao.